Hallöchen zum zweiten Türchen ein Philips PH3 schön mit VIA Logo wir denken an gestern da war ja der Griff dabei jetzt testen wir das ganze mal wow also top Magnet richtig gut verarbeitet ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt die Schnittkanten im Hintergrund heute gerade mein Rechner aufbauen wirklich schön gearbeitet Wahnsinn auch der Magnet ist echt stark das war das zweite Türchen das packen wir eben mit beiseite Schachtelchen machen wir wieder zu dann würde ich sagen bis morgen ciao so Bis zum nächsten Mal.